Ich spiele mit meinem Pony abfangen und wie ihr sehen könnt, läuft er mir hier gerade hinterher. Ich wackele leider ziemlich stark mit meinem Handy, weil ich laufe. Und hier habe ich mich bei dem Pfosten dann versteckt. Hier bei dem Pfosten habe ich ein bisschen einen Spielraum, weil er da nicht so schnell herumkommt wie ich. Ich verarsche ihn da immer ein bisschen so mit links und rechts. Und dann schüttelt er immer den Kopf, weil er sich ärgert und weil er Spaß hat. Teilweise auch, weil er ein Römer mit sich ist. Und dann hat er mich tatsächlich gefangen. Nächste Runde. Er schüttelt wieder den Kopf. Dieses Spiel nimmt er absolut ernst. Und ich auch. Deswegen habe ich versucht, von dem Pfosten nicht wegzukommen, weil er ist natürlich viel schneller als ich. Und auf dem offenen Feld bzw. auf der Wiese fängt er mich sofort. Das hat ihn dann so geärgert, dass er sogar ein bisschen gestiegen ist. Seht selbst, so ein Mini-Hüpfer. Aber dann ist er auf meine Seite gekommen und ich habe weglaufen müssen. Und ja, logisch, dann hat er mich wieder gehabt.